Gut, dreimal könnt ihr raten, wo wir nicht gelandet sind, in der Schweiz. Küsse gehen raus an die Deutsche Bahn, wir sind in Karlsruhe. Geil. Ja und in Karlsruhe kann man auch entspannt mal das Fenster öffnen und die Aussicht genießen. Äh, sag mal, das ist irgendwie so ein Abstellraum oder irgendwas sowas. Hey.